Es ist einfach nass. Aber da müssen wir als Hund durch. Der Breyer zeigt uns jetzt mal das Abrufen. Der Hund geht dann in den Vorsitz. Und mit dem Fuß dann wieder, das war bis arg eng, ein bisschen klar, am Hinterkopf. Wie man sieht, nicht durchs Feuer. Nein. Das ist also kein Ding. Nein, der Hund macht es nicht. Nein, heute nicht.